Jetzt sind wir schon wieder da! Ja, und weil da geht's ins pure Chaos. Aber richtig pures Chaos. Ja, stirbt doch mal! Hallo! Ich glaub das ist doch jetzt schon der vierte, fünfte... Ja, das ist die nächste Zeit. Ja. Na komm, wir machen jetzt mal hier schnell die scheiß Tür. Damit wir... Also wir machen jetzt erstmal das Level zu Ende und dann ist erstmal... Ja. Bis zum nächsten Kontrollpunkt, das war's dir heute. Ihr könnt Bock mehr sagen. Also Bock haben wir schon, aber das reicht dann erstmal für... Ne Runde... Für ne Runde Conviction. So, du gehörst jetzt mir! Komm her, du kleines Arschloch, komm her! Oh, ne, da ist er. Ich fang wieder an, und dann du? Ziel nicht töten! Wiederhole! Ziel nicht töten! So, dein Fernseher, oh der sieht ja nett aus. Ich glaub der braucht mal nur Lackierung, wollte ich schon sagen. Der muss mal ein bisschen hübscher gemacht werden. Bearbeitet, meinst du? Genau. Das ist nicht bewertet, was ich gerade mache. Ey, das Telefon, es klingelt. Das Telefon, es klingelt! Geh mal ran. Oder muss ich ran gehen? Geh mal. Geh mal. Geh mal. Abnehmen. Bam, Alter! Zack! Kein Mox! Geh mal ran! didn hu... Hallo, ich bin's! Die Notte von nebenan! Hey, sowas sagt man nicht! Also wirklich, sowas sagt man aber wirklich nicht zu deiner Notte. Wirst du auf mich abzuknallen? Uh, der Arsch, der ist ein wirklich tolles Ziel. Was zum? Alter, bist du bescheuert? Hier, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Schießen ab, knall ab, knall ab, knall ab. Knall mich. Ja, wie geil. Bäm, Alter. Scheiße, der knallt mich ab. Oh, danke, Mann. So richtiges Pissgesicht, ey. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Das hast du von Outlast. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Ab jetzt hasse ich dich. Ich vertraue dir nie wieder, nie wieder. Du bist so böse. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer, dass ich die Tür nicht aufkrieg. Ich bin so sauer, dass ich diese Tür nicht aufkrieg. Ich hab's nicht entstanden, dass du die Tür nicht aufkrieg. IchNe. Ich be relativ hartngulo nicht aufkrieg. Wie kann das denn sein? Ich krieg so neue Beschissenheit! Mach dir auf, mach dir auf, mach dir auf. Mach dir auf, mach dir auf. Mach wieder hier raus, mach wieder raus. Ach Gott, das ist gebures Chaos, sind wir eine? custi 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 b producer custi b Gunn? Oh Bullen! 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 Die darfst du nicht abschießen! Ach stimmt ja das sind ja die Guten! Obwohl sie uns abknallen wollen! Warte so! Warte so! Warte so! Warte so! Ja geil! Ja geil! Ja geil! Ich hab keinen Bock mehr. Komm wir beenden! Außer du kannst mich retten! Dann beenden wir eben nicht! Aber wirklich das ist doch irgendwie blöd oder? Du kannst die Bullen nicht tönen! Was willst du denn dann mit denen machen? Kaufschlagen! Kaffeekränze mit denen machen oder was? Kaufschlagen! Das geht? Ja Kaufschlagen geht ja! Okay! Wenigstens das! Oh der Vogel! Lass dir rechts! 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 Sie sehen mich gar nicht! Wie blöd sind die eigentlich! Ich lauf jetzt! Ich lauf da jetzt durch! Ja ich will ein Spielchen mit dir spielen! Ja ich will ein Spielchen mit dir spielen! Wir sind hier in Saw! Ich will ein Spiel spielen! Lass uns ein Spielchen spielen! Du wirst festgebunden! Und der Schüssel ist hinterher auch! Nein! Fick dich! Ich glaub ich muss dich zurücklassen! Haha! 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 Ich lass dich hier zurück! Mach doch! Weil ich böse bin! Aber die Tür krieg ich irgendwie auf! Wahrscheinlich weil es eine Holztür ist! Sah nach Stahl aus! Ich kann dich nicht retten! Ich kann dich nicht retten! Wir hören jetzt auf! Ja! Ja! Ich glaub wir brechen das ganze Video ab! Oder? Das ist okay oder? Ja! Müssen wir sehen! Vielleicht wenn wir Bock haben machen wir noch was! Aber!